Was darf Kunst? Wie weit darf künstlerische Freiheit gehen? Oft unterzieht man sich dem Vorwurf des Totalitarismus, der Diktatur, sobald man der künstlerischen Freiheit Grenzen setzen möchte. Aber was hat es damit auf sich? Dürfen vor allem gläubige Menschen nicht aus Notwehr ihre religiösen Gefühle beschützen, indem sie verhöhnende Kunst auch beim Namen nennen? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie Sie dem Intro bereits entnehmen konnten, geht es heute um ein Thema, das ich auch schon vielfach angekündigt habe, die künstlerische Freiheit. Es gibt genug Beispiele in etwas weiter zurückliegender Vergangenheit, aber auch in jüngster Zeit. Vielleicht erinnern Sie sich an diverse Hungertücher und Kunstausstellungen in Gotteshäusern. Ich denke zum Beispiel an das Schweineherz in Österreich, aber auch an die natürlich ganz aktuell an die Linzer Marienskulptur, Marienskulptur im Dom von Linz. Jetzt die pinken Schläuche mit Trichtern, aus denen Sound kommt, die im Linzer Dom aufgehangen sind. Aber ich denke auch an Performances, die auch durchaus die religiösen Gefühle verletzen. Zum Beispiel die Performance im Frankfurter Dom während der letzten Sitzung des Synodalen Weges. Damals hatte Maria 1.0 das aufs Schärfste kritisiert, dass man eine solche Performance, die unter anderem okkulte Stilmittel oder Motive verwendete, ausgerechnet im Altarraum eines katholischen Gotteshauses vorgenommen wurde. Weil man da zum Beispiel auch den Altar abgeräumt hatte und ein Pentagramm über dem Altar ausgespannt hatte. Also es sollte vielleicht jetzt kein Ritual darstellen, darüber könnte man jetzt auch diskutieren. Aber dadurch, dass man sowas in einem, also im Altarraum machte, war das schon auch anstößig. Und einige hatten daraufhin gesagt, Mensch ihr übertreibt und ihr solltet euch sogar entschuldigen und ihr solltet das zurücknehmen, weil ihr euch dadurch sehr unseriös macht. Also das hat zum Beispiel auch die Geister geschieden. Und ich hatte auch als allererstes auf Twitter, damals hieß es glaube ich auch noch Twitter, genau das, diese Assoziationen auch kundgetan und gemeint, Mensch ist das nicht ein Pentagramm, was hier dargestellt wird? Und da war schon für mich die Frage, wie weit darf Kunst gehen? Vor allem, wenn sie in einem religiösen Kontext aufgeführt wird. Darum geht es. Kunst spielt mit Ekel, mit Schock. Sehr oft sind das eben Absichten oder auch das Ziel, auch das Ziel der Kunst. Die Frage ist aber, wie weit darf diese Freiheit, diese künstlerische Freiheit gehen, wenn erstens die Gesetze gebrochen werden, also wenn es gegen Gesetze verstößt, und wenn es gegen die Religionsfreiheit verstößt. Ein anderes Beispiel war in einer Kirche, da hatte jemand ein Schwein aufgehängt, am Kreuz. Und dann hatte sogar ein Geistlicher das noch verteidigt. Ich denke auch an eine Sache, die bei uns in Osnabrück stattfand. Und zwar gab es damals eine Ausstellungsreihe, die heißt Kinder schaut mal her oder sowas. Kinder hört mal alle her. So war das. Und da ist in diesem Rahmen eine Ausstellung und eine Performance, damit zusammenhängend, in der Osnabrück-Halle, glaube ich, ausgestellt worden. Da wurden auch ganz verstörende Dinge verarbeitet. Die Performance wurde von nackten Frauen irgendwie vorgenommen. Die verstörenden Dinge taten, verstörende Musik mit seltsamen Texten kamen dann dazu zum Tragen. Und das Ganze geschah unter dem Deckmantel des Feminismus. Welche Themen wurden da verarbeitet? Häusliche Gewalt, Kannibalismus, Fehlgeburten, Kinderlosigkeit. Das Ganze schlug hohe Wellen, die CDU hatte auch zum Boykott sogar zwischenzeitlich aufgerufen. Und ich hatte mit Manfred Spieker darüber gesprochen, dem Sozialethiker. Und er hatte damals für die NOZ einen Leserbrief geschrieben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der auch veröffentlicht wurde, aber er hat mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Er schreibt dort eben zu einem Artikel, der dann in der Neuen Osnabrücker Zeitung veröffentlicht worden war. Also das Zitat lautet, durch die Kunstfreiheit gedeckt, also das, was da geschehen ist, durch die Kunstfreiheit gedeckt und da darf, so garantiert ist das Grundgesetz, die Politik nicht hineinreden. Angesichts des Boykottaufrufs der CDU und so weiter. Und dann hatte Manfred Spieker hier gesagt, die Kunstfreiheit ist wie die Religionsfreiheit gewiss ein hohes Gut und als Grundrecht von der Verfassung geschützt, aber die Politik, genauer die Stadtverwaltung von Osnabrück, die die Verantwortung für die Kunsthalle trägt, darf nicht nur, sie muss sogar hineinreden, wenn in der Ausstellung Tötungsdelikte wie Kannibalismus und Abtreibung verherrlicht und Bestimmungen zum Schutz der Jugend verletzt werden. Dann nennt er, welche betroffen sind, welche Artikel, nämlich Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Wie die Religionsfreiheit nur im Rahmen der Verfassung ausgeübt werden kann, niemand also unter Berufung auf die Religionsfreiheit Witwen verbrennen oder seinem Kind eine lebensrettende Bluttransfusion verweigern darf, so kann auch die Kunstfreiheit nur im Rahmen von Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz ausgeübt werden. Also mit anderen Worten, auch die künstlerische Freiheit hat ihre Grenzen. Da geht es um etwas, das juristisch gesehen betroffen ist. Also, dass etwas gegen Gesetze verstößt. Noch tiefgehender, weil es uns in unserem Innersten berührt, aufgrund der Verletzung unserer religiösen Gefühle, sind die Fragestellungen bezüglich der moralischen Bewertung. Ich möchte gerne anhand eines Beitrags bei Corrigenda Sie auf diese Differenzierung hinweisen. Und zwar hat Sebastian Ostritsch, den Sie vielleicht auch kennen, der hier und da auch Dinge veröffentlicht, in Corrigenda ja eine Kolumne. Und in dieser Kolumne ist er auf die Geschichte mit der Linzer Marienskulptur eingegangen. Und da ist eben dieser Unterschied auch sauber herausgearbeitet, dass es eben die juristische und die moralische Ebene gibt, wenn wir argumentieren, wenn wir auch auf Beispiele reagieren. Insbesondere, wenn wir daran denken, dass die Marienskulptur geköpft worden ist. Und viele jetzt eben sagen, das ist Vandalismus. Ja, das ist eben die juristische Ebene. Aber es gibt eben noch die moralische Ebene, auf der eben auch in dieser Debatte Argumente eingeflossen sind. Ein anderes Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich noch an die Pachamama, die natürlich auch für Furore gesorgt hat. Und ein gewisser Herr aus Österreich, Sie wissen, wen ich meine, ist daraufhin nach Rom geflogen, um diese Darstellungen zu entwenden und in den Tiber zu werfen. Und auch da hieß es dann, das ist nicht in Ordnung, das ist ein No-Go, das ist Diebstahl und Sachbeschädigung. Also immer wieder geht man auf dieser juristischen Ebene natürlich eine Nummer sicher. Natürlich, man muss immer auch das Juristische im Blick haben. Verstoße ich gegen ein Gesetz, mache ich mich irgendwie strafbar oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auch im katholischen Kontext, wenn wir eigentlich katholisch argumentieren, uns dadurch so ein bisschen herausreden, dass wir uns ausschließlich auf der juristischen Ebene befinden und nicht noch weiter, noch tiefer geraden, und auf die moralische Ebene uns begeben, um auch moralisch zu bewerten. Und nun einige Ausschnitte aus Corrigenda, aus der Kolumne von Sebastian Ostritsch. Kunst und Satire dürfen alles. Auf diese Maxime berufen sich nicht zuletzt konservative gerne. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass in unseren Tagen vor allem im Namen der Diversität gecancelt wird und zwar möglichst alles, was den engen linken Meinungskorridor sprengt. Dennoch ist Grenzen- und Zügellosigkeit grundsätzlich eine schlechte Idee, weil sie stets in die Beliebigkeit und damit zur Aufhebung der Unterscheidung zwischen gut und schlecht, wahr und falsch, schön und hässlich, heilig und profan wird. Die Gefahr, die in jeglicher Entgrenzung liegt, wird auch vom jüngsten Skandal um eine Marienstatue im Linzer Mariendom unter Beweis gestellt. Die Skulptur namens Crowning von Esther Strauss zeigte eine gebärende Maria in naturalistischer Drastik. Seine Pietätlosigkeit wurde dem Machwerk jedoch schnell zum Verhängnis. Ein offenbar aufgebrachter Gläubiger griff zur Säge und entfernte den Kopf der Statue. Dann lasse ich einiges weg. Sie können, wie immer, alles nachher gerne anklicken. In der Videobeschreibung finden Sie den Link und können vollständig lesen. Ich zitiere weiter, Das Heilige gegen die Anmaßungen einer entgrenzten Kunst verteidigen, so die Zwischenüberschrift. Der mutmaßliche Täter hat inzwischen in einem anonymen Statement verlautbaren lassen, er habe es als seine religiöse Pflicht empfunden, die Schmähung Gottes und seiner allerheiligsten Mutter zu verhindern. Auch wenn man als Katholik kaum anders kann, als Sympathie für den entschlossenen Glaubensbruder zu empfinden, handelt es sich streng genommen nicht trotzdem um Vandalismus, der auch dann zu verurteilen ist, wenn er aus lauteren religiösen Gründen verübt wird, Juristisch gesehen dürfte wohl in der Tat Sachbeschädigung vorliegen. Die interessantere, höherstufige Frage aber lautet, ob es nicht ein überpositives, moralisches Recht gibt, ein überpositives, moralisches Recht gibt, das Heilige gegen die Anmaßungen einer entgrenzten Kunst zu verteidigen. Philosophisch gesehen sind das Wahre, das Schöne, das Gute und das Heilige in ihrer tiefen Dimension ohnehin identisch. Dem sakralen entgegenstellen kann sich daher auch nur eine Kunst, die sich nicht mehr am Maßstab des Schönen messen lassen will. Und selbst der säkulare Staat der Bundesrepublik Deutschland sieht in der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen gemäß § 166 Strafgesetzbuch einen Straftatbestand. Dieser Paragraf ist allerdings nutzlos, wenn sich die Kirchenvertreter, wie in Linz geschehen, die blasphemischen Darstellungen selbst ins Haus holen. Insofern der Klerus es in diesem Fall versäumt hat, seiner ureigensten Aufgabe, nämlich der Pflege und dem Schutz des Sakralen, nachzukommen, scheint der Täter sich also zumindest in moralischer Hinsicht auf religiöse Notwehr berufen zu können. Soweit einige Überlegungen zum Thema juristische, moralische Bewertung von solchen Geschehnissen. Gehen wir ganz grundsätzlich zu dem, was die Kirche eigentlich zum Thema künstlerische Freiheit sagt. Denn nach diesen ganzen Ansätzen und Anläufen, in denen wir uns vielleicht hier und da mit verschiedenen Beispielen befasst haben, möchte ich uns vor allem darauf hinweisen, was denn grundsätzlich die Kirche sagt. Und dafür schauen wir, wie so oft, in den Katechismus der katholischen Kirche. Im Artikel 2502 lesen sie unter anderem die sakrale Kunst, und das ist, was uns vor allem interessiert, weil ich eigentlich mich natürlich mit der sakralen Kunst hier fasse. Einfach deshalb, weil wir als Christen uns natürlich nicht aufregen können, wenn jemand, der gottlos ist, natürlich auch gottlose Kunst schafft. Klar tut es einem im Herzen weh, dass es sowas dann trotzdem gibt und so, weil der Mensch eben seine Kreativität dafür nutzt, etwas zu tun, also zu schaffen, was nicht schön ist, im philosophischen Sinne, auch im theologischen Sinne. Aber letztendlich ist das für uns relevant, wenn wir etwas betrachten, das also den Selbstanspruch hat, sakrale Kunst zu sein, oder im sakralen Raum ausgestellt wird, so wie im Mariendom in Linz, oder an vielen anderen Stellen, wenn wir sehen, was dort eben unter der Verantwortung der Kirche als Kunst ausgestellt wird. Aber wie gesagt, uns interessiert vor allem immer die Frage nach der sakralen Kunst. Und diese ist wahr und schön, wenn sie durch die Form ihrer Berufung entspricht, im Glauben und in der Anbetung das transzendente Mysterium Gottes erahnen zu lassen. Kunst muss verkünden, muss charigmatisch sein, wenn sie sakrale Kunst sein will. Und Gott soll dadurch auch verherrlicht werden. Es geht auch darum, Gott zu loben, zu preisen, ihm die Ehre zu geben, durch die eigene Kreativität, durch das eigene Schaffen. Das sehen wir bei vielen Künstlern im Laufe der Kirchengeschichte, besonders auch in der Kirchengeschichte, seien es Architekten, Bildhauer, Maler, aber auch die Komponisten beispielsweise. Schauen Sie sich, oder nicht schauen, hören Sie sich die Werke Johann Sebastian Bachs an. Bach ist ein zutiefst gläubiger Mensch, er ist evangelisch gewesen, gut, aber was er geschaffen hat, da ist musikalisch, also das atmet Anbetung. Und er hat wirklich so genial, also durch seine Genialität im musikalischen Bereich, wirklich etwas geschaffen, das Gott anbetet. Von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Ton und Nachhall. Und das meine ich, das war wirklich Kunst, sakrale Kunst in jeglicher Hinsicht, wie sie wirklich Gott die Ehre gibt. Und in den letzten Jahrzehnten sieht man sehr, sehr viel an Kunst, mit dem Anspruch, sakrale Kunst zu sein, aber irgendwie mit einer Tendenz zur Pietätlosigkeit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schauen Sie sich die Kirchen an, die in den 70er Jahren gebaut worden sind. Schauen Sie sich die Kreuze an, die erstellt werden. Ich denke an St. Barbara bei uns in Osnabrück. Das ist eines der gruseligsten Kreuze, die ich jemals gesehen habe. Heiligen Darstellungen, Malereien, also auch die Kirchenfenster. Was heutzutage geschaffen wird, kommt gar nicht an die Kirchenfensterkunst der Vergangenheit heran. Und damit möchte ich keine bestimmte Epoche der Kunst sakralisieren oder irgendwie hochstilisieren und sagen, nur Barock oder so. Ganz und gar nicht. So bin ich nicht. Wobei natürlich gerade der Barock ein sehr hohes Potenzial an Verkündigung hatte, dadurch, dass man so anschaulich die Mysterien wirklich zu Bild gebracht hat. Ich denke an die Deckenmalereien in Kirchen, die wirklich den Himmel darstellen. Also, dass Menschen sich auf diese Weise wirklich gut hineinversetzen konnten und erahnen konnten, was eben die Kirche lehrt, wenn sie über den Himmel spricht, wenn sie über Jesus spricht. Und auch natürlich, dass die Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten, auf diese Weise gelehrt wurden. Also, schon alleine durch das Bild unterrichtet wurden. Bei so ganz abstrakter Kunst, wie man manchmal so sieht heutzutage und auch durch diesen Stil, den architektonischen Stil, kommen all diese Details nicht zum Ausdruck meines Erachtens. Ich finde das sehr schade, ohne zu sagen, dass jetzt alles schlecht ist, was heutzutage geschaffen wird. Ganz und gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir haben zumindest so eine Tendenz in Richtung Pietätlosigkeit, was künstlerisches Schaffen anbelangt. Also, ich glaube, da liegt der Hund ein bisschen tiefer begraben sogar noch. Also, ich glaube, das ist ein tiefer liegenderes und grundsätzliches Problem. Sie merken, hier geht es eher darum, nur so ein bisschen hier und da zu bohren, aber nicht um eine chronologische Darstellung des Themas. Also, dass ich sage, hier kappte es, hier kam der Wendepunkt. Von da an war Kunst, sakrale Kunst nicht mehr fromm. So etwas mache ich ja jetzt nicht in dem Video. Aber wenn Sie Interesse daran haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Und nun zum Katechismus. Wie gesagt, sakrale Kunst ist wahr und schön, wenn sie durch die Form ihrer Berufung entspricht. Und was ist die Berufung von sakraler Kunst? Im Glauben und in der Anbetung das transzendente Mysterium Gottes erahnen zu lassen und zu verherrlichen. Und wer hat dafür zu sorgen, dass diese Berufung auch gelebt wird? Die Bischöfe, entweder selbst oder durch Beauftragte. Die sollen nämlich dafür sorgen, dass die alte und die neue sakrale Kunst in allen ihren Formen gefördert werden. Also, alle Formen, das soll heißen, nicht ein bestimmter Stil, eine bestimmte Epoche darf durchgehen und die anderen nicht. Und mit der gleichen religiösen Sorgfalt sollen sie von der Liturgie und den Kultgebäuden alles fernzuhalten suchen, was der Glaubenswahrheit und der echten Schönheit der sakralen Kunst nicht entspricht. Steht in Sacro Sanctum Concilium, der Liturgie-Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die ganzen Geistlichen, die sich so gerne auf das Zweite Vatikanum berufen, ist aber eben nicht wirklich, sich nicht wirklich darauf berufen, weil sie nicht lesen, was da steht. In der Liturgie-Konstitution heißt es, dass man alles aus den Gotteshäusern fernhalten soll, was nicht sakral ist, was Gott verunehrt. Und jetzt denken Sie nochmal zurück an die Linzer Marienstatue, an diese komischen pinken Schläuche, an das seltsame Schweineherz und die vielen anderen Dinge, die heutzutage möglich sind und für die die Kirche ihre Pforten öffnet. Und nochmal zurück zu Bach oder die Bildhauer und Maler durch die Kirchengeschichte hindurch. Das waren tiefgläubige Menschen, die haben den Glauben praktiziert, die haben selber das gelebt, so wie eben auch die Kirchenväter in Askese, in Frömmigkeit praktizierend, aus ihrem Glauben heraus reflektiert haben, die Heilige Schrift ausgelegt haben und nicht einfach das als Job gesehen haben. Und nun schauen Sie sich den Lebenswandel an, von Leuten wie Esther Strauß, mit der ich natürlich nicht verwandt bin oder verschwägert bin oder wen auch immer. Und ich möchte Menschen hier nicht verunglimpfen, aber sie brüsten sich ja teilweise selbst mit diesen Dingen, mit okkulten Ansichten, mit Lebensstilen, die nicht in Ordnung sind. Und da sehen wir, wo auch ganz vieles im Argen liegt. Auf einer alten Seite der Deutschen Bischofskonferenz, also ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll, empfand ich auf jeden Fall auch nochmal hilfreiche Hinweise zum Thema künstlerische Freiheit. Und da heißt es, auch die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut. Auch in ihr geht es um die Wahrheit des Menschen. Die Kunst bringt oft in besonders feinfühliger Weise zum Ausdruck, was die Menschen bewegt. Das geschieht in der abbildenden Malerei und Plastik und in der darstellenden Kunst, Theater, Film, wie in der Literatur, Gedichte, Romane, Erzählungen und in der Musik. Sie sind für das Verstehen der Gegenwart und des Menschen von großer Wichtigkeit. Die Einschränkung der Freiheit der Kunst ist bezeichnend für Diktaturen. Die Einschränkung der Freiheit der Kunst ist bezeichnend für Diktaturen, was nicht heißt, dass es trotzdem eine grenzenlose Kunstfreiheit geben darf. Aber gleich mehr dazu. Sie sind bestrebt, die Künstler zu bevormunden und sie nicht zur freier Entfaltung kommen zu lassen. Die Freiheit der Kunst hat aber auch ihre Grenzen. Darstellungen, die durch Hetze, den Frieden von Völkern und Volksgruppen gefährden, Gewalt als Mittel von Konfliktlösungen propagieren oder das Schamgefühl und das religiöse Bewusstsein verletzen, Crowning von Esther Strauß, die Missbrauchsdarstellung im Frankfurter Bartholomeusdom, etc. pp. Überschreiten die Grenzen des sittlich Zulässigen. Selbst wenn man dadurch vielleicht keine Gesetze bricht, wenn etwas auch juristisch eingehalten wird, muss es nicht heißen, dass es gut ist. Denn sobald Menschen in ihren religiösen Gefühlen, in ihrem Schamgefühl, wie auch immer, verletzt werden, ist es nicht mehr in Ordnung. Im Umgang mit der Kunst haben viele Menschen Verständnisschwierigkeiten. Nicht selten sind Künstler ihrer Zeit voraus oder finden in ihr noch keine Anerkennung. Weder das allgemeine Empfinden einer Zeit noch der Geschmack und das ästhetische Gefühl Einzelner können Kriterien der Kunst sein. Hier bedarf es der Toleranz des Publikums wie der Künstler. Soll heißen, selbst wenn uns etwas nicht gefällt, es kann durchaus nicht unserem ästhetischen Empfinden entsprechen, es muss aber trotzdem nicht unbedingt die religiösen Gefühle verletzen oder wie auch immer. Also das wäre dann die andere Seite. Natürlich müssen wir trotzdem eine Toleranzfähigkeit besitzen, dass Künstler erst mal etwas darstellen. So viel muss man natürlich mitbringen. Aber irgendwo endet dieses Verständnis. Und die letzten Beispiele, die jüngsten Beispiele, das allerjüngste Beispiel, ganz aktuell, ist natürlich die Performance bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele, wo Leonardo da Vinci's letztes Abendmahl und Jan van Beilat's Fest der Götter, also beide Bilder, als Inspiration dienten für eine Performance von Drag-Künstlerinnen oder Drag-Künstlern. Und dort ist besonders natürlich durch die Darstellung des letzten Abendmahls die Verletzung religiöser Gefühle geschehen. Sogar der Vatikan hat sich mittlerweile, also eine Woche zu spät, aber immerhin dazu geäußert. Da sind religiöse Gefühle verletzt worden, weil das Christentum verhöhnt worden ist. Viele sagen, ja, aber hier wurde ja Jan van Beilat's Fest der Götter eigentlich dargestellt. Es gibt zwei unterschiedliche Einstellungen und Anordnungen der Performer. Und da sieht man, dass wirklich zwei unterschiedliche Bilder zugrunde liegen. Und selbst wenn nur Jan van Beilat's Bild dem Ganzen zugrunde liegen würde, was zeigt das Bild? Es zeigt eine Verballhornung von Leonardo da Vinci's Abendmahl. Und damit, weil eben Leonardo da Vinci nicht einfach irgendwas darstellt, sondern das Bild in den Kern des Christentums hineinführt, wirklich auch ein Angriff, eine Verballhornung des Christentums an sich. Wie man es also dreht und wendet, unterm Strich handelt es sich um die Verhöhung des Christentums bei der Olympischen, bei der Eröffnung der Olympischen Spiele. Also auch das ist etwas, das vielleicht nicht als sakrale Kunst sich versteht, aber das das Sakrale berührt. Soweit sich die Kunst von der Wahrheit der Geschöpfe und der Liebe zu ihnen inspirieren lässt, heißt es weiterhin auf der Seite, es geht hier jetzt um den Artikel aus dem Katechismus 2501, Soweit sich die Kunst von der Wahrheit der Geschöpfe und der Liebe zu ihnen inspirieren lässt, weist sie eine gewisse Ähnlichkeit mit der Tätigkeit Gottes in der Schöpfung auf. Die Schöpfung ist Gottes Kunstwerk, Gott der Künstler, wenn man so will. Wie jede andere menschliche Tätigkeit hat die Kunst ihr absolutes Ziel nicht in sich selbst, sondern empfängt ihre Ordnung vom letzten Ziel des Menschen und wird durch dieses veredelt. Das letzte Ziel des Menschen sollte, wie gesagt, so habe ich Ihnen vorhin ja schon vorgelesen, die Verherrlichung Gottes sein, ihn anzubeten und ihn zu verkünden durch die Kunst. Soweit einige Tiefenbohrungen zum Thema, was darf Kunst? Künstlerische Freiheit, was ist vor allem mit sakraler Kunst? Und einige Beispiele in jüngster Zeit, also was ich hier jetzt versucht habe, war, wie gesagt, keine chronologische Darstellung des Themas, sondern eine Tiefenbohrung hier und da, einige Beispiele, einige Impulse und Denkanstöße und was die Kirche anhand des Katechismus der katholischen Kirche dazu sagt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, Seien Sie behütet und beschützt, machen Sie es gut. Vielen Dank.